Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einem neuen Video von Fahrzeugfunktionen einfach erklärt. Im heutigen Video möchte ich euch einmal das Infotainment System des ID.3 etwas näher erläutern und zwar wie das System grundsätzlich bedient wird und was es so beachten gibt. Es ist so, dass das Infotainment System ähnlich wie im Golf 8 in drei Ebenen eingeteilt ist. Wir haben einmal im oberen Bereich den Screen, wo ich viele, viele Funktionen bedienen kann. Ich habe dann im mittleren Bereich einen Touchliner, wo ich das Thema Temperatur und Lautstärke regeln kann und im unteren Bereich Direktbedientasten für die Funktionen Parken, Klima, Fahrerassistenzsysteme, die Fahrprofilauswahl und in der Mitte den Warming-Taster. Im heutigen Video soll es sich mal hier oben um den Bereich drehen. Wie ist der Bildschirm grundsätzlich aufgebaut? Es gibt auf der linken Seite eine Leiste, die immer feststeht und auf der ich immer die Uhrzeit, die Außentemperatur sehe. Dann darunter, wo das 4G steht, den Status meiner integrierten SIM-Karte des Fahrzeugs. In der Mitte habe ich einen viereckigen Button, mit dem ich quasi immer auf diesen Screen zurückwechseln kann. Und unten drunter dann das Thema Klimatisierung bzw. Standheizung. Rechts davon habe ich den Screen, auf dem ich mich bewegen kann. Wir sind hier auf der Ebene, wo es ein sogenanntes, wir nennen es immer Menü-Grid gibt, in dem ich alle möglichen Funktionen finde. Also Telefon, Stand, Klima, Radio, Medien und wenn ich das Ganze einmal nach unten scrolle, auch sowas wie Fahrzeugfunktion, Ambiente, Licht und Setup. Hier ist es so, immer wenn ich in den Screen gehe, startet er quasi mit den obersten zwei Reihen. Es gibt sicherlich Funktionen, die ich mal mehr oder weniger benötige. Dann habe ich die Möglichkeit, mir die Funktionen an eine beliebige Stelle zu konfigurieren. Dafür mache ich einfach einen sogenannten Long Press auf die Funktion und habe die Möglichkeit, mir das dann an eine beliebige Stelle zu verschieben, lass es los und dann wird es dort abgelegt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel da oben auch das Thema Assistenten gerne hätte, dann nehme ich mir auch die Funktion, bleibe mit dem Finger drauf und schiebe es nach oben. Neben diesem Menü-Grid gibt es auch einen sogenannten Homescreen, auf dem habe ich mehrere Kacheln, auf denen ich direkt schon sehe, was die Funktion mir gerade anbietet. In dem Moment ist das hier zum Beispiel das Thema Klimatisierung, nicht Klimatisierung, sondern Navigation. Dann oben rechts Radio und unten solche Schnellzugriffe für Telefon und Fahrzeug. Ich kann auf eine weitere Seite wischen und habe dort weitere Kacheln, die belegt sind. Diese Kacheln lassen sich grundsätzlich bedienen. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel eine Wischbewegung durchmachen und mir andere Informationen dazu aufschalten oder ich kann auch hier zum Beispiel bei den Radio- und Medieninformationen über ein Klicken auf den Pfeil nach links und nach rechts mir den Sender durchschalten. Ich kann aber auch einfach mit dem Finger durchwischen. Es ist so, dass hier eine bestimmte Anzahl von Informationen hinterlegt sind, aber ihr seht schon, anhand der Kachelanzahl. Das sind vielleicht nicht alle, die ich haben möchte oder vielleicht möchte ich mir da etwas Neues dazu konfigurieren. Da gibt es auch eine Möglichkeit, indem ich nämlich einfach mal auf so eine Kachel einen Longpress wieder mache. Da seht ihr schon, die Kachel, die ich gerade angetippt habe, die ist markiert durch den Rahmen und durch diese Mülltonne und ich habe jetzt die Möglichkeit, mir dort unten eine andere Funktion hinzulegen. Dafür muss ich nichts anderes machen, als unten die Funktion anzutippen und dann wird der Inhalt der Kachel geändert. So, damit kann ich quasi jetzt die Inhalte aller Kacheln verändern. Jetzt kann es aber auch sein, dass ich sage, mir reicht das noch nicht aus, ich möchte noch eine weitere Ebene nach rechts haben oder ich möchte ein anderes Layout nutzen. Wie mache ich das? Dann gehe ich einfach nochmal in diesen Konfigurationsscreen und dann seht ihr, dass hier oben so ein Stift angezeigt ist. Wenn ich auf den draufdrücke, zieht sich alles so ein bisschen zusammen und ich habe links und rechts so ein Plus angezeigt. Da können wir einmal drauf tippen. Dann bekomme ich ein neues Layout, was ich aussuchen soll. Wir nehmen das hier rechts und dann packt er mir das genau an diese Stelle, wo ich dieses Plus ausgewählt habe. Und jetzt habe ich auch da die Möglichkeit, mir wieder Funktionen reinzulegen. Das ist natürlich so, dass ich irgendwann doppelte Funktionen auf die einzelnen Screens gelegt habe, weil es einfach nicht so viele Funktionen in Summe gibt. Aber ich habe so immerhin die Möglichkeit, mir das zusammenzubauen, wie ich es möchte. Das heißt, auch hier wieder klicke ich auf eine Kachel, sage ich möchte da Fahrdaten haben und hier das Thema Fahrzeug, dann kann ich das da hinlegen. Wenn ich sage, ich möchte einen Screen wechseln, dann muss ich löschen. Dann muss ich auch einmal wieder auf den Stift gehen, auf die Mildtonne und dann wird der komplette Screen wieder gelöscht. Wenn ich aus diesem Gesamtmenü raus möchte, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich drücke oben auf das Schließkreuz, auf das X, oder ich drücke hier auf diesen Button und dann komme ich wieder an die Stelle zurück, wo ich ganz am Anfang war, nämlich auf den Homescreen. Und wenn ich nochmal drücke, dann wechselt er in das Menü mit. Jetzt sehen wir schon, weil ich vorhin das Thema Navigation auf eine andere Kachel gelegt habe, hat das mir hier wieder weggeklaut, das ändern wir nochmal eben. Das heißt, hier wieder ein Long Press, Karte und dann habe ich es ungefähr wieder so, wie es vorher hatte. So, dann habt ihr eben schon gesehen, hier oben gibt es so eine Lasche. Was hat das zu bedeuten? Die kann ich mir runterziehen und dort habe ich Schnellzugriffe auf meine einzelnen Funktionen. Das ist in diesem Fall einmal das Thema Helligkeit des Screens. So, weil die Zündung nicht anders funktioniert das nicht. Machen wir eben die Zündung an. So, und jetzt kann ich hier die Helligkeit meines Systems verändern, grundsätzlich die Bildschirmhelligkeit. Ich habe aber auch die Möglichkeit, hier die Farbe des Skins zu ändern. Momentan ist sie auf dunkel gestellt. Wenn ich auf hell gehe, dann seht ihr schon, dann wird der Hintergrund hell. Und ihr seht, dass ich hier unten vier Tasten für die Direktanwahl habe, Schnellzugriffe. Das sind im Moment das Thema Ambiente, Licht, Navigationsansagen oder Kühlbetrieb sowie Auto holt. Das heißt, ich kann diese aktivieren und deaktivieren. Auch hier gibt es die Möglichkeit, das Ganze wieder zu konfigurieren. Ähnlich wie vorhin heißt das, ich mache einen Long Press auf die Taste. Er springt in so einen Screen, der nennt sich Fabrieten verwalten. Und jetzt ist es ein bisschen anders als auf dem anderen Screen. Da hatten wir es ja so gehabt, dass ich quasi oben eine Taste drücke, um das auszuwählen. Hier ist es auch einfach, aber anders. Und zwar nehme ich hier die Taste unten, drücke lange drauf und mit dem Finger verschiebe ich das Ganze dann an die Stelle, wo ich es hinhaben will. Und habe die Möglichkeit, mir das dann auszuwählen. Hier gibt es noch eine zweite Seite, zum Beispiel sowas wie Bluetooth. Auch das kann ich mir an eine Stelle schieben und packe das da hin. Und wenn ich oben auf das Schließkreuz drücke, dann sind die Funktionen hinterlegt. Was kann ich hier oben in diesem Schnellzugriff noch machen? Ihr seht das, hier sind so unten zwei Punkte. Ich kann auf eine zweite Seite wischen. Die nennt sich Benachrichtigung. Und dort würde ich dann alle die Informationen sehen, die mir das Fahrzeug anbietet, zum Beispiel für Software-Updates oder wenn irgendwelche anderen Sachen passieren. Ich habe die Möglichkeit, dann diese dort auszuwählen oder oben über alle zu löschen. Ja, das soll es an dieser Stelle gewesen sein zu den grundsätzlichen Bedienfunktionen des Infotainment-Systems. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Vielen Dank dafür.